Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Child of Light. Weiter wird es jetzt mal gehen. Wie mache ich einen Soundtrack? Am besten in dem Pause-Menü. Hey, da oben ist was. Na, und jetzt meldet sich der Fernseher mal wieder zurate, weil nach drei Stunden will er sich immer selbst ausschalten, dass ich dich zulasse. Ah, der eine ist jetzt geplatt. Wieder 80 Erfahrungen. Erfahrungen kann ich immer gut gebrauchen. So. Schieb, 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 schieb. Damit ich hier hoch kann. Was ist hier oben? Was ist hier oben? Haha, Überraschungsangst. Blah, blah, blah. Ow. Haha. Ach, der ist jetzt auch platt. 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 Das könnte schon nützlich sein. Die Königin des Lichts. Oh ja. Ach, der ist jetzt auch platt. 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 Ach, der ist auch platt. Ach, der ist auch platt. Ach, der ist auch platt. Wo ist, der ist auch platt. Der ist auch platt. Ja. Ja. Ach, der ist auch platt. Ach, der ist auch platt. Der ist auch platt. Ach, 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 der ist auch platt. Und wieder ein Kampf. Hereingelegt. Was? Hereingeregt? Au. Ich bräuchte mal ein bisschen Heilung. Ach, der hat! Dr. Handeln. So, nimm das. So, nimm das. So, nimm das. So, nimm das. Na, wieder rauf. Na. Na. Und rein da. Was da wohl drin ist? Ein kleines... Wie können wir hinauf, kannst du mir sagen? Ich wünschte, Fügel könnten dich dorthin tragen. Oh, erleuchte die Okuli. Lass es mich mal einmal wagen. Ah. Doch, keine Kinder. Oh nein, vielleicht ja keine Eltern. Wer will? Ich habe es so langsam gelesen. Ach, dafür ist die Kiste da. Na. Na. Wo wollen diese Leuchten überhaupt hin? Los. Na. Okay. runter wieder. Fahrstuhl. Ah. Uh. Knapp. So kann man das doch hinkriegen. Keine Ahnung, was das da oben wird, aber vielleicht kommt man das später hin. Ungeschliffener Rubin. Bin ich hier zu beraten, oder er? Er. Der eine muss tot sein. Doch nicht. Au. Wasser. Was? Hm. Hm. Hieb auf ihn. Unterbrochen. Und weg ist er. Der hat aber ganz schön viel ausgehalten. Wir fehlen Nektar. Was macht das eigentlich nochmal? Die Tür ist offen. Das ist gut. Da, sie ist offen. Das ist gut. Stand da. Endlich, wir sind am Ziel. Vorsicht, hier wirkt ein Zauber ganz subtil. Hinter Klaus brachte mich... Was? Aber ich würde sagen, ich mache es hier erstmal ein Cutout. Bis zum nächsten Part.